Willkommen zurück bei Gubert von Heusern und seine Kalbfinanz... nein, äh, bei Let's Play Oktoberfest-Manager. Oktober und Fest macht einen Manager. Stimmungsmacher vom Wörthersehner, da bin ich gespannt, ob die wirklich so viel Stimmung machen. Entschuldigung. Alles live. So, jetzt schon der erste Gas, nicht erst nach einer Stunde, sondern nach... Ein paar... Werbung, 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 Werbung. Mehr Werbung. Gut. Na dann, kann man auch mal die Maus beiseite legen. Oh, genau. Bier. Ja... Schon sind wieder alle Biere weg. Interessante Sache. Und ein Bier und zwei Bier. Macht drei Bier, aber nein, hier sind es immer noch nur zwei. Und es wird neu gezapft. So wie Biere aussehen, sind das alles Schaumzapfen. Weil sie werden gezapft und haben viel Schaum. Haha. Haha. Nee. Okay, Bier. Bier, Bier, Bier. Bier, Bier, Bier. Bier, 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 Bier. Noch acht Tage. Zepferdage ist auch gefallen. Mal was ganz Neues in diesem Spiel. Wisst ihr was? Ihr guckt mich draußen auf. Haha. Vielleicht sieht's ja doch irgendwas Spannendes. Also hier unten garantiert nicht. Ich weiß auch gar nicht, kann man's triehen? Oh ja. Ah. Berge. Das sind von Bergen umgeben. Schön. Ey. Superdarns, ey. Lass mich mitfahren. Lass mich mitfahren. Ich finde das irgendwie doof, das einzubauen. Kann gar nicht. Wieso wäre ich immer wieder auf Wander Spiegel gesetzt? Zepferdage ist. Zepferdage ist. Oh, eine Pavillon draußen. Das finde ich ja nett. Das ist mein Ding. Cool. Sieht gar nicht die Toilette. Aber okay. Na Spiegel? Sie haben ein ziemlich großes Haus. Hier sehe ich sogar WC. So, wenn nicht dieses Komfort-Ding wird. Oder doch. Hm. So weit. Juuuut. Noch eine WC. Äh, Franz Rieger, Rudi Fischer. Hier ist Müller. Fly High. Nachbrenner. Ja, ne. Ist klar. Sogar keine Leute drin. Was für eine Verschwendung. Da auch nicht. Also. Nach der Bahn fährt auch nicht. So langweilig. Speedfly. So, kein Schwein drin. Dort. Da. Hä? Wasserbahn? Ähm. Okay. Doch keine Achterbahn. Ja. Es heißt Zau-Fahrt. Okay. So. Was erwartet. Irgendwas erwartet. Wo man immer so schön nass werden kann. Das ist ja. Das ist ja schön. Ich hätte jetzt gern auch eine Fahrt. Oh. Bei Holakursetverkundung geht das auch. Ähm. Aber nett. Nett, nett. Wer da nicht nass wird, hat einen Regenkeep angehabt. Jiiiihihi. Okay. Und die Hochfahrt. So schnell geht die meistens nicht. Dauert meistens wirklich lange. Okay. Verfolgen wir die Bahn. Ganz vorsichtig. Huuuuh. Und nass. Huuuuh. Und ganz nass. Gut. Das hat keiner überlebt. Äh. Auf jeden Fall nicht mehr trocken in Klammer. Noch mehr Berge. Sind hier ja wirklich vom Bergen umgegeben. Ja. Seltsames Tal. Und das soll Bayern sein. Komplett vom Bergen umringt. Kann man gar nicht sein. Irgendwo muss da auch eine Ausfahrt sein. Na gut. Oh ja. Freifalt. Aber. Das finde ich eigentlich ganz witzig. Obwohl ein bisschen boring. Drehen. Drehen. Noch mehr. Drehen. Dauert. Dauert. Okay. Äh. Oh. Schon 18. Oh. Da hab ich ja gut die Zeit rum. Dauert. Dauert. Gut. Stimmungsmacher vom Berger. Sie. Halt mir was sie versprechen. Sie machen Stimmer. Cool. Noch 3200 Liter Bier. Oh schade. Schon spraber. Ja. 2400 Hinde. Also Hinde werde ich nicht mehr kaufen müssen. Aber wir vielleicht tatsächlich nochmal. Irgendwann. Mit 43.000 sollte das kein Problem sein. Man bekommt ja Geld übrigens hinterher geworfen. Damit man sich ähm. Folge. Dingens. Äh. Auch ein wirklich großes Geld leisten kann. Ähm. Nicht wieder mit irgendwas kleinem anfangen muss. Auf jeden Fall. Während ich im letzten. Tag so äh. Äh. Keine Ahnung. 50.000 ausgibt. Was er zusammengespart hat. Der sollte sich dann was besseres leisten können. Vielleicht auch besseres Bier. Oder sonst irgendetwas. Ähm. Joa. Das geht dann schon. Genau. Einsatzbier. Rückwurzkraft. Einsatzbier. Rückwurzkraft. Eine Schlägerei. Und noch eine Schlägerei. Und noch mehr Gekotze. Und noch mehr Bier. Und noch mehr Hinde. Oh Hinde. Auf jeden Fall Bier. 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 Dum-di-dum-di-dum. Mehr Bier. Als ihr ertragen könnt. Das war so. Überall diese Brecher. Streikbrecher. Streitbrecher. Alkoholbrecher. Schwerverbrecher. Schwerverbrecher. Ah. Sehr hübsch, ja. Gut, 2850 Besucher, das wären ja echt mehr und mehr Leute, das ist gut. Ihr Verkauf 2800, 10.600 immerhin mal wieder. Umsatz 25.300 und gesamt 97.000. Ich glaube, damit bin ich nicht gestiegen. Nein, ich bleib gleich. Gut, das war's für diese Runde. Heute, schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt, Oktober wird festmanagert. Bis dann.